Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich in diesem Video zwei tolle Neuigkeiten für euch. Als allererstes gibt es ab sofort eine RaiTV App, was richtig cool ist, weil wir dann immer alle Videos von RaiTV, von den Webstars, alle auf einem Haufen haben. Und die App hat auch ganz viele coole Funktionen, dass ihr die Videos auch besser findet und einen besseren Überblick habt. Ihr werdet dort immer auf dem Laufenden gehalten, was neue Videos angeht. Und ich werde euch erstmal die Funktion der Favoriten ein bisschen erklären. Alle anderen Funktionen der App findet ihr in den Videos der anderen Webstars. Da werde ich euch die Links dazu in der Infobox verlinken, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Ja, ich bringe euch jetzt mal die Funktion der Favoriten ein bisschen näher und erkläre euch, was ihr da so machen könnt. Also, ihr habt die Möglichkeit, Videos aus allen verschiedenen Kategorien zu favorisieren. Und dann findet ihr sie ganz schnell wieder in eurem Favoritenabschnitt. So ihr Lieben, damit ihr euch das auch alles gut vorstellen könnt, zeige ich euch das einfach jetzt mal anhand der App. Als allererstes öffnet ihr die App, wenn ihr sie euch heruntergeladen habt. Dann gelangt ihr automatisch auf die Startseite der App. Oben links gelangt ihr dann ins Menü, wo ihr dann die Favoriten öffnen könnt. Außerdem findet ihr dort auch die Kategorien, eure abonnierten Kategorien, Nachrichten und die Einstellungen. Wir beschäftigen uns aber jetzt mit den Favoriten. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich bis jetzt noch keine Videos zu meinen Favoriten hinzugefügt. Deshalb machen wir das jetzt mal zusammen. Dafür gehe ich zurück auf die Startseite, um mir ein Video für die Favoriten auszusuchen. Zufälligerweise passt es gerade, dass dort der Springlehrgang bei Thomas Weinberg erscheint, weil ich bei diesem Lehrgang teilgenommen habe und mir das Video immer wieder gerne anschaue. Wenn ihr dann den Bildschirm einmal anklickt, erscheint oben rechts in der Ecke ein Sternchen mit einem Kreis drumherum. Wenn ihr dann dort draufklickt, wird dieses Sternchen orange. Daran seht ihr, dass ihr euer Video zu den Favoriten hinzugefügt habt. Um noch mehr Videos zu meinen Favoriten hinzuzufügen, schaue ich mal nach dem Video Vorschlägen unter dem Video. Und dort erscheint die Stangenarbeit beim Lehrgang mit Thomas Weinberg. Ein Video, welches ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Wie ihr seht, habe ich dieses Video jetzt auch favorisiert und das Sternchen ist orange geworden. Nun haben wir schon zwei Videos bei den Favoriten gespeichert, was ich euch jetzt zeige. Also gehe ich zurück ins Menü, klicke auf die Favoriten und ihr seht unsere zwei hinzugefügten Videos. Einmal den Lehrgang und einmal die Stangenarbeit beim Lehrgang. Nun habe ich noch zwei andere Videos hinzugefügt und zwar zwei Videos, die mit dem Dreh für Eurostar letztes Jahr zu tun haben. Einmal das Making-of-Video, das ich gemacht hatte und einmal das fertige Video von RaiTV. Das war der erste Dreh, den ich mit RaiTV zusammen hatte und das hat auch total viel Spaß gemacht. Und ich schaue mir das Video einfach total gerne immer wieder an. Und deshalb habe ich es zu den Favoriten hinzugefügt. Um nun weitere Videos zu euren Favoriten hinzuzufügen, könnt ihr zum Beispiel auf die Startseite gehen und einfach nach Belieben stöbern. Ihr könnt natürlich Favoriten aus allen verschiedenen Kategorien auswählen und habt so immer wieder schnell Zugriff darauf. Diese Videos könnt ihr euch dann so oft, wie ihr wollt, anschauen. Ihr müsst sie nicht mehr lange suchen, sondern habt sie einfach alle in einem Ordner. Bei den Favoriten. Passend zu der Veröffentlichung von der App, habe ich auch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr diese Fliegendecke von Eurostar gewinnen in der Größe L, also 145. Ja, was müsst ihr dafür tun, um diese Fliegendecke zu gewinnen? Das ist ganz einfach. Als allererstes ladet ihr euch die kostenlose RaiTV-App in eurem App Store herunter. Ja, dann öffnet ihr sie und kommentiert unter meinem neuesten Video, also dem Follow-me-around im Stall, was ihr am Sommer am meisten mögt. Also was macht ihr im Sommer am liebsten mit euren Pferden und warum ist der Sommer so besonders für euch? Dass ihr die Fliegen, Bremsen und sonstige Insekten nicht so leiden könnt, das können wir uns ja alle denken. Und deshalb verlose ich ja auch, passend zum Sommer, diese Fliegendecke. Von mich würde halt einfach mal das Gegenteil interessieren. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel läuft drei Wochen, das heißt, ihr habt drei Wochen lang Zeit, das Video zu kommentieren. In der App wird es immer wieder exklusive Videos geben, die ihr nur dort findet. Wie auch dieses Follow-me-around im Stall, das ihr kommentieren könnt, um an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Übrigens veranstalten alle anderen Webstars auch ein Gewinnspiel zur Eröffnung der App. Und ja, schaut doch mal vorbei und ich wünsche euch ganz viel Glück. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wünsche euch ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel. Ich drücke euch beide Daumen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der ReTV-App.